das waschbecken doch ein jetzt haben wir hier ich check jetzt mal es ab hier ansehen dosenfutter muss man echt ein bisschen doppelklicken ich weiß nicht ich weiß nicht, dass sie eine einfache Leben ist aber das ist wirklich nicht das ist weit von einer einfache Leben, Roman du weißt, was ich meine sie muss wissen, was wir machen müssen um zu überleben in dieser Welt so lange sie wissen, wie sie sich schützen es ist gut ich will nicht, dass sie die Leute ok was ist das? ich weiß nicht ich will es schauen ich muss zurück nach vorne ich freue mich auf diese Suppe ich habe schon eine Maus oder so eine Ratte gefunden genau, geh noch näher ich habe nicht du sollst sie einfach nur angucken nicht da hingehen boah gute Idee mit jetzt geht es ja auch zu nah daran und wird es angegriffen davon nein am wofi ich habe einen Hammer für mich ich möchte mich mal da geht es nicht weiter ein armer wofi noch so eine Olle, ey ich fasse doch es gibt ja bei all möglichen Versionen oder broadcasts wie wir sie jetzt noch nennen ich muss jetzt wieder hier rein boah alter die richtige Person könnte eine Knarre haben aber dass sie nicht mehr sie 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 Ja, ich glaube, es hat mich einfach zu haben, du kennst? Es war so klein. Du denkst nicht mehr über Kinder, aber nach einem Zeitpunkt, du einfach akzeptierst, dass das alles ist. Ja, ich glaube, du vergessen. Genau. Aber dann, du kennst, da ist es. Du siehst, du siehst, du willst sie schützen und... und jetzt ist es weg. Ja, das ist es auch. Vielleicht, wenn Clive stirbt, können wir ihn da stattfinden. Er wird auch einen besseren Watchdog machen. Becca... Schell, Becca, etwas ist draußen passiert. Was ist es? Ich weiß nicht, etwas Schlimmes. Wir müssen Roman finden. Irgendwas Schlimmes. Ja, toll! Irgendwas Schlimmes. Ja, was ist denn? Irgendwas Schlimmes. Oh! Definiere Schlimmes, Mensch! Ja, er hat doch gerade gesprochen, dann bin ich taug. Ähm... Mein Gott! Was hast du getan? All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No, they didn't get that close. Who is he? I got no idea. I don't think he speaks English. I can't believe he just snuck in. It's the second break-in we've had in the last couple of weeks. Last time we couldn't catch him. They got away with more medicine than we could afford to lose. Well, we all know what it's like trying to survive out there. He just came in here for food. Let's just give him some. I'm sending him on his way. But what if there are more of them? He could have been scouted. That's right. He could be part of a larger group. If there were more, I think we would have seen them by now. We can't just let him go. It's too dangerous. We can't just let him go. It's too dangerous. We don't think we would have seen someone by now? At least trying to negotiate to get him back. You don't know that. It doesn't make sense. Well, he's not staying here. You let in a stranger and everything starts breaking down. The last time we did that, we lost Bree. And then Vernon with that goddamn boat. Vernon and the boat are the reason the group fell apart. Not trusting strangers. I was right there with you when we jumped that woman and her boyfriend for their boat. That was wrong. That's when our group fell apart. He can't stay here. I agree. Keeping him here is not an option. In his condition, he'd be a drain on our resources. Look, we all know what we're talking about here. So let's stop dancing around it. We either let this guy go and take our chances. Or we kill him. 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 I don't want to kill him. Or we kill him. Or, you don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. Du bist hier der Schwungboot, Shell. Was wird es sein? Lass ihn frei. Wenn wir diesen Mann töten, dann können wir einen Teil von uns selbst nicht zurückkommen. Ich bin nicht bereit, das zu lassen. Lass ihn frei. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr macht. Danke. Danke. Ich habe nur gesagt, ihr soll ihn gehen lassen, aber nicht, dass ich ihm noch Essen in den Arsch schieben muss, aber naja. Okay. 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 Do you have any fours? Nope. Do you have any sevens? Royal Strike Flash. Hm. Jetzt habe ich gerade nicht so richtig zugehört. Scheiße. Hm. Spielen die jetzt mal im Maul oder mal als Poker? Ich hole jetzt einfach mal die sieben rein. Ich vermisse, die Gitarre für alle. Es war stupend, aber Spaß. Warum nicht mehr so machen wir das? Seit dem Angriff gibt es viel, was wir nicht mehr machen. Wir sollten nicht diesen Mann gehen lassen. Nein. Boyd wird noch immer wieder sein, und alles wäre das gleiche. Boyd hat gesagt, es war die richtige Sache zu tun. Insofern, Roman ist jetzt mit dem Platz zu halten. Du weißt, das ist unmöglich, nicht wahr? Na, nach der letzte Mal. Roman hat keine Chance genommen. Dann sollte ich die festgelegt, die Schrauben hinter den Schrauben. Bekka, bist du wieder rausgekommen? Hm. Hm. Nein, niemand hat mich gesehen. Du musst es stoppen, zu tun. Du kannst uns beide in viele Probleme bringen. Ich will nicht sehen, warum es so ein großes Problem ist. Wir hatten ein anderes Verlust. Wir hatten ein anderes Verlust. Bekka, du weißt, was es bedeutet, wenn jemand dich sehen würde und dich hier zurückfällt. Niemand folgt mich. Es gibt niemanden da draußen. Shell, wir müssen dich mit dir sprechen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist passiert? Wir haben Socken hier. Was ist das nicht? Hey. Wenn du einen Moment bekommst, ich brauche dich raus und mit mir zu sprechen. Das ist wichtig. Okay. Ich werde draußen sein. Du siehst mich. Gib uns einen Moment. Ja. Nicht zu lange dauern. Ja, jetzt geh raus. Ich will die abzocken jetzt hier. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht gut. Bleib hier. Es wird nur eine Minute. Ich fühle dich in, wenn ich zurückkomme. Ha. Bestimmt, die Bretter jetzt. 100%ig gesehen. Ja, warum... Was... Was ist passiert? Schon der Typ hier wiedergekommen? Oh, Pflanze ansehen. Warum? Es sind grüne Kräuter. Hallo? Keine Risen Evil gesehen? Die brauchen wir für die Heilung. Roman? Gut. Du bist hier. Was gibt's? Was gibt's? Oh, nee. Ja. 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 Und wir müssen sie wegfangen. Und wir können sie weg. Du wissen, warum ich das sage. Genau? Ja. Ja, willst du mich jetzt veräppeln? Ja. 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 Das war versucht, mit uns im Blick zu lösen, ohne irgendwelche medizin oder arme. Das ist, dass es sich ausdenken kann. Wir haben eine andere Beispiele gesehen. Ich könnte nicht versuchen, dass sie so schnell leben. Du hast die Abwechse? Ich gebe sie in der Kampfer. Ich werde dir ein paar Minuten für die Kopf ein. Gott, was sag ich Beka? Das ist egal. Was du sagst, ich schreibe dich ab. Ja, Mensch, das sieht aus, als ob es mehr für die Gruppe ist und so. Shell? Was ist falsch? Bin ich in Trouble? Nein. Es ist Stephanie. Sie hat ein paar Zettel verbringst und versucht zu escape. Oh, mein Gott! Was hat sie damit gemacht? Roman sagt, wir müssen sie... Killen? Ja. Warum würde sie das mit uns tun? Nur weil dieses Ort nicht sicher ist. Nachdem die Leute uns attackiert haben, sogar nachdem wir ihren Freund gehen, dieses Ort einfach nicht mehr ist. Natürlich nicht. Roman versucht es besser zu machen. Besser? Kein Mensch mehr glücklich ist. Wir leben wie zerstörer. Was muss ich sagen? Ihr könnt doch nicht mit so einem Ding in da... Lass mal 5.000 Spicer kommen und so. Dann will ich mal sehen, wie sicher das neu ist. Roman will ich es machen. Roman will ich es machen. Oh, sorry. Let's just get it over with. Your gun's over there. In the drawer. Oh, man. Oh. Ja, das sehe ich aber eigentlich nur so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Wenn wir rauskommen, Roman wird uns schützt. Wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Das ist, was wir jetzt. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich muss das nicht mehr machen. Ich weiß nicht mehr, wie ich so fühle. Ich weiß nur eine Sekunde. Die Hammer ist interesse. Es tut. Ja, das tut. Zeit. Ich will euch nicht in gefährlich sein. Wenn das bedeutet, dass es so, wie wir unsählern müssen, dann ist es so, was es ist. ich meine jetzt zu flüchten wäre ja keine gute idee ich meine wo soll die jetzt hin nachher durch die gegen fahren aber ziehen alle dann auch wieder fahrt ist totreich voll langsam ich weiß nicht kann man nicht leise machen ja gehen in camping mal da musst du nicht angucken ja dann will ich mal sagen ja nächsten part würde ich mal sagen dann machen wir die beiden dann geht das schon zu ende hat so kurz noch naja dann sage ich mal wir sind uns bei der nächsten parts one walking dead bis dann